Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gottverdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen. Und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie stressausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. героisein... Amen. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du lässt mir keine Wahl Komm her, ein Stück Scheiße. Hier werde ich helfen, mich anzustachen. Ich hatte Speicherzugriff. Ich weiß, was passiert ist. Was zur Hölle macht der Mann? Der zerstört sich selbst. Stopp das, verdammt! Ich, ich kann nicht, ich kann es nicht stoppen. Das reicht jetzt. Du musst sofort damit aufhören. Vorsicht! Ach du Scheiße. Ich muss sofort sagen. Ich bin big, ich ein bisschen kleiner zu dürfen. Das geht jetzt um Vielen Dank. Vielen Dank.